Das Lieblingsfoto am Schlüsselbund zu tragen, das ist ja nichts Neues. Aber wie wäre es, eine ganze Sammlung an Top-Schnappschüssen immer dabei zu haben? Das Digitalfotoalbum von Somicon macht's möglich. Bis zu 75 Fotos haben auf dem 8 MB großen Flash-Speicher des Gerätes Platz. Auf Wunsch können Sie sich auf dem 1,5 Zoll großen Display eine Bildershow oder ein Standbild anzeigen lassen. Gesteuert wird das kleine Bilderwunder über ein einfaches Menü und drei Bedientasten. So können Sie verschiedene Einstellungen tätigen und zum Beispiel die ebenfalls integrierte Uhr- und Kalenderfunktion nutzen. Über den USB-Anschluss ziehen Sie die Bilder vom PC auf das Mini-Fotoalbum und laden den integrierten Akku auf. Das Mini-Fotoalbum von Somicon passt in jede Hosentasche und dabei wiegt es nur 24 Gramm. Also machen Sie sich doch selbst eine Freude oder überraschen Sie Ihre Freunde mit diesem Technik-Schmuckstück.